Ich würde sagen, wir verzögern nicht länger, sondern starten einmal rein in unsere kleine Trailer-Analyse. Ich war zwar hier um 17 Uhr, dachte mir aber dann, ja okay, so krass ist es halt jetzt doch nicht, weil wir schon wissen, was kam. Da habe ich ja schon mehrere Videos auf YouTube zu gemacht. Da dachte ich mir, ich muss jetzt nicht unbedingt direkt streamen, reicht auch eine Stunde später. Bin ich auch schon entspannt ins Gym gegangen. So, jetzt sind wir aber live und ihr wisst, Freunde, bei mir auf dem Kanal, ihr erfahrt alles rund um GTA. Ja, ich habe schon überlegt, das kann ich eigentlich erzählen, das ist eigentlich schon witzig. Und zwar, eigentlich hatte ich heute einen Termin mit Rockstar, wir haben so einmal im Monat einen Termin. Und da geht es dann eben darum, was bei der Community besonders gut ankam, was nicht so gut ankam, um einfach denen eine Rückmeldung zu geben. Und der Termin wäre heute gewesen. Und auf einmal kriege ich so eine Nachricht von Rockstar, von dem Typen. Moini hatte gerade noch zu tun, sorry. Bist du schon busy mit einem neuen Video und dann einfach nur so ein Chicken und so eine Glocke, warte. Einfach so Chicken und eine Glocke. Und da habe ich nur so geschrieben, mach dazu erstmal kein Video. Habe dazu schon alles in Videos bereits erklärt. Ja, heiß wurde heute angekündigt und ich mache einfach kein Video dazu, weil wir halt schon alles erzählt haben. Egal. Trotzdem, ihr wisst, bei mir auf dem Kanal erfahrt ihr alles rund um GTA, GTA 6, GTA Online. Und ich bin sehr, sehr hyped und ich glaube auch viele von euch, denn dieses Update ist langersehnt und ist etwas Besonderes. Und aus diesem Grund schauen wir uns das jetzt etwas genauer an. Rockstar Games hat nämlich dieses wunderschöne Artwork gedroppt. Passend dazu gibt es auch noch einen Newswire-Post inklusive Trailer. Ich würde sagen, mit was fangen wir an, Leute? Schreiben wir in den Chat. Trailer oder Newswire? Eine Eins für einen Trailer, eine Zwei für Newswire. Was sollen wir uns als erstes anschauen? Wie heißt du auf YouTube? Julex. Einfach J-U-L-E-X. Julex. So wie man es spricht. Also die Leute, die auf TikTok sind, kommt gerne rüber auf YouTube und Stream. Ihr werdet es nicht bereuen, denn da funktioniert es alles besser. Da funktionieren auch die Bots und die Mods können euch ein bisschen besser helfen. Ihr könnt mitspielen und alles. Also deswegen, wenn wir später GTA spielen, könnt ihr da noch mitzocken. Kommt von TikTok auf jeden Fall rüber auf YouTube und Stream. Ganz, ganz wichtig. Eins, 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 eins. Ich sehe ganz viele Einsen. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was die Eins war. Eins war Trailer, ne? Na gut. Gut, dann würde ich sagen, ich schmeiße uns einfach mal ins kalte Wasser. Und wir gucken uns einfach erstmal unkommentiert den Trailer einmal komplett an. Und dann gucken wir uns den Trailer nochmal Stück für Stück zusammen an, oder? Ich habe mir den schon mal angeguckt. Muss ich zugeben. Wer meinen Kommentar hier findet, schreibt mal da irgendwie Anton oder so einfach drunter. Dann gucken wir mal, wer meinen Kommentar unter dem Rockstar-Video findet. So, also, das ist der Trailer vom neuen GTA Online Heist-Update. Viel Spaß. So, kurz und knackig. Das ist, äh, nee. So ein Zeug gucken wir uns nicht an. Wir bleiben mit gutem Content. Äh, einmal zurück. So. Und zwar. Das ist der Trailer von Rockstar Games. Ich würde sagen, wir gehen ihn einmal Stück für Stück durch. Und, äh, reden kurz drüber. Und zwar. Was sagen wir, was geben wir in dem Trailer jetzt erstmal so? Erster, erster Eindruck. 1 bis 10 in den Chat. 1 kacke 10 ist, huuuh. Weltklasse. Schreibt mal in den Chat. 1 bis 10. 1 bis 10 in den Chat, Leute. 1 kacke 10 ist, huiuhi. Abfahrt. Wie, was sagen wir zu dem Trailer? Also, ich muss dem sagen, eine 10 nicht. Aber schon eine, aber schon eine solide, eine 8. 8,5. Kann man mitspielen. Wenn wir später GTA spielen, äh, sehr gerne. I Love Planes. Da könnt ihr sogar mit in ein Video kommen. Wir nehmen später noch zusammen ein neues YouTube-Video auf. Das wird sehr wild. Marono. Alter, Marono. Was geht, mein Bestand? Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? 9? Ja, ist schon geil. Okay. Wir gehen mal alles Stück für Stück durch. Erste Szene haben wir den neuen Polizei-Halfire. Den sogenannten Interceptor. Ähm, darüber habe ich ja schon einige Videos gemacht. Ich habe euch auch schon erklärt, wie ihr das Auto bekommen könnt. Ist ein neues Polizeiauto, was wir am Donnerstag bekommen werden. Sehr, sehr geil. Und ich glaube, auch eines der Highlights vom Update. Nicht das Highlight. Das kommt dann noch in zwei Wochen. Also, jetzt zweieinhalb Wochen. Aber trotzdem ein sehr, 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 sehr nices Auto, würde ich behaupten. Das ist Szene 1. Szene 2 sehen wir wie Jimmy. Kennt ihr den Charakter hier? Wer weiß... Jetzt habe ich schon gesagt. Hm, verdammt. Wer weiß, was das hier ist für ein Kerl? Hä? Der Sohn von Michael, Jimmy. Jimmy DeSanta. Der hier wohl ein paar Geschäfte macht, würde ich sagen. Ist der da vielleicht am Brokkoli-Dealen? Könnte das sein? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall sieht er hier etwas überrascht aus. Und vor allem... Digga, warum stehen die einfach mitten auf der Straße? Also, die stehen ja hier wirklich mitten auf der Straße. Warum denn das? Eurofighter. Was geht mir besser? Der vom Nachtclub? Nein, 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 nein. Du meinst Leslo, glaube ich. Oder... Nee, wie heißt denn der vom Nachtclub? Da gibt es so einen ähnlichen. Ja, ja. Aber nee, das ist Jimmy. Das ist der Sohn von Michael. So, Szene 2. Sehen wir hier unsere Gang. Das ist jetzt eine Szene aus dem Heist. Das erkennt man mal ganz gut, dass es hier einfach so Spielcharaktere sind. Also, das sind wir. Und dazu gibt es Vincent. Vincent kennen wir bereits aus dem Casino-Update. Und dann auch aus dem... Ist das Casino Heist, wo der dann wieder vorkam? Was Casino Heist? Oder war das... Ich glaube, das Casino Heist. Eine Autobesorgmission oder irgendwo. Kam mir da nochmal vor. Ähm... Ja, sehr einanderer Charakter. Ist jetzt bei der Polizei. Dann bekommen wir jetzt ein Interieur der Clackenbell-Farm. Beziehungsweise, das gibt es schon, aber halt nicht in GTA Online betretbar. Bisher? Bisher. Jetzt schon. Das ist also in der Clackenbell-Farm. Hier sehen wir ein paar Wachen. Okay. Und wir sehen hier wieder Vincent mit den Spielcharakteren. Müssen wir mal drauf achten, was er sagt. Der hat so eine tiefe Stimme. Das ist so schwer zu verstehen, finde ich. Hier sehen wir eine Szene aus dem... Also wie irgendwie hier irgendwas beim Clackenbell-Heist verfrachtet wird. Das ist übrigens eine Cutscene, die wir ja bereits in den Videos besprochen haben. Die war ja schon geleakt. Die habe ich euch auch schon in YouTube-Videos gezeigt. Die kennen wir also schon. Das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Der Heist wird übel krass. Ja, safe, 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 safe. Sieht schon alles sehr wild aus, ne? Muss man schon sagen. Wir haben hier ein Clackenbell-LKW. Wir haben hier die Clackenbell-Fabrik. I love planes! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen in der Familie! Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Anwärterwerden auf YouTube, Leute. Du hast jetzt eine Menge richtig, richtig geiler Vorteile. Du hast die Emotes. Du kannst dir alle Streams im Nachhinein anschauen. Du hast vorab Zugriff auf einige Videos. Und doch so viel mehr. Ich weiß gar nicht alles auswendig. VIP-Chat auf Discord und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr nice. VIP-WhatsApp-Kanal. Sehr, sehr nice. Herzlichen Dank, mein Bester, für deine Mitgliedschaft auf der ersten Stufe. Uh, das ist jetzt wahrscheinlich eine Mission. Vielleicht eine Vorbereitungsmission. Wir wissen es nicht. Wir fahren hier auf jeden Fall auf dem Motorrad. Welches Motorrad ist das? Ist das die... Ach, das ist doch mein Lieblingsmotorrad. Wie heißt denn das? Die von Imani. Oh, wie heißt denn das Motorrad? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Auf dem Wasserschlauch. Auf dem Holy-Schlauch. Oh. Ich bin gerade absolut. Reaver? Ist das Reaver? Ja, Reaver, glaube ich, oder? Ich meine schon. Ja, genau. Reaver. Perfekt. Absolut schönstes Motorrad im ganzen Spiel. Nee, nee, nee. Nicht Vortex, nicht Vortex. Ist alles Reaver. Warte mal, das waren aber mehr als vier Leute, oder? Warte mal. Das ist Nummer eins hier. Zwei, drei. Vier. Ja, okay. Nevermind. War ein vier. Dann haben wir hier die Szene, wie wir die Autos sabotieren müssen. Da haben wir ja auch schon im Video drüber gesprochen. Wir werden in der Mission die Trucks sabotieren müssen. Und, ja, das ist die Animation davon. Auch, äh, mal besser auf das Outfit hier achten. Das ist nämlich auch, äh, ich weiß nicht, ob das hier, doch, ich glaube schon, das hier ist ein Klackenball-Logo, glaube ich. Das müsste auch ein neues Outfit sein, inklusive Kappe. Sehr nice. Dann haben wir hier eine Szene mit einem weiteren neuen Auto. Wer weiß, wie es heißt? Haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Den habe ich ja auch schon in GTA Online und ich glaube auch einige von euch. Und das ist übrigens das Auto, wo ich die ganze Zeit sage, das ist das absolute Highlight vom, äh, Update, vom Dripfeed. Das wird das krasseste Auto, was wir jemals in GTA Online hatten. Also, ich finde es übel geil. Richtig Terminus. Junge, Nico kennt sich aus. Nico hat alle Videos gesehen. Sehr nice. Ja. Und damit fahren wir rum. Äh, werden wir dann wohl in der Mission fahren dürfen. Kommt aber nicht, werden wir gleich nochmal lesen. Auf dem Newswire kommt allerdings nicht am Donnerstag, sondern erst eine Woche später, soviel ich weiß. Aber, wir gucken gleich. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Dann haben wir hier mal wieder eine Cutscene. Was hier ganz interessant ist, ist das Outfit. Auf das kann man mal achten. Denn wir werden drei verschiedene Level spielen können. Äh, einmal als Gang, einmal als Militär und einmal als Profi. Profis sind diese, ja, ich nenne es mal Aufsöldner im Prinzip. Äh, in Anzügen. Das hier ist die Gang. Äh, da haben wir halt weniger Panzerung, können dafür schneller rennen. Und schlechtere Waffen und so weiter. Dann kommt eben die Profis in den Anzügen, ein bisschen schicker, dafür mehr Panzerung, können halt nicht so lange rennen. Und dann haben wir das Militär, gut gepanzert, gute Waffen, aber halt langsam. Ähm, da gibt es halt so drei Stufen, habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Hier sehen wir auf jeden Fall das Outfit von der untersten Kategorie von der Gang noch einmal ein bisschen besser. Ja, das ist natürlich dann die Szene hier, ne, aus dem Finale. Sozusagen, wenn wir am Ende die Beute übergeben und dafür Geld kriegen. Ja, hier haben wir eine Verfolgungsjagd. Auch interessant, möchte ich mal erwähnen, ist, wir sind natürlich in dem Szenario in diesem Auto hier, ne. Das ist ja der Spieler sozusagen. Und wir hauen jetzt ab hier, im Prinzip, von, äh, vor der Polizei. Was bemerkenswert ist, ist, dass die Polizei hier einen Hellfire fährt und nicht mehr, wie da hinten, diese normalen Autos. Äh, Leute, die jetzt sich vielleicht auch hoffen, dass wir damit neue NPC-Polizei-Autos kriegen, was sehr geil wäre, damit die NPCs einfach auch mal neue Autos bekommen. Nee, ich glaube leider nicht, dann hätten die da hinten auch das Auto. Alter! Oha, was war das denn? Erstmal Dino, dankeschön für deine zwei Monate Mitglied auf YouTube und I Love Planes haut einfach ein 6-Euro-Super-Chat in den Chat. Junge, eben erst Mitglied geworden und jetzt noch direkt 6-Euro-Sticker. Holy shit, Mann! Vielen herzlichen Dank! Kleiner Tipp, für den Betrag hättest du jetzt aber auch eine höhere Mitgliedschaftsstufe dir holen können und dann hättest du viel mehr Vorteile. Dann hättest du zum Beispiel Holy, das, was ich hier immer trinke, kostenlos probieren können. Du hättest mehr Rabatt bei meinem Partner bekommen, du hättest eine Autogrammkarte bekommen, wenn du das willst. Vielleicht sagst du auch, Alter, von dem Pisser will ich gar nichts. Deswegen nur als Tipp koste ich das Gleiche, aber dann hättest du halt mehr Vorteile. Wollte ich deswegen nur. Wie bekommen wir denn Hellfire endlich? Gehen wir gleich drauf ein, eins am anderen, okay? Also ich möchte nur sagen, die NPCs hier hinten, seht man das ganz gut, ups, fahren noch mit den normalen Polizeiautos dementsprechend. Leider kein Ersatz. Aber ich würde so feiern, wenn die NPCs mal neue Autos bekommen würden. So, nächste Szene ist... Achso, was ich noch erwähnen möchte, ist, was interessant ist, wir arbeiten ja für die Polizei, wir arbeiten ja für Vincent, aber werden von der Polizei hier verfolgt. Bisschen strange, ne? Bisschen strange. So, nächste Szene wird die Yacht beschossen von einem Helikopter. Die Spieler sind drin, das bedeutet, der Helikopter ist wahrscheinlich ein Gegner. Ähm... Warum auch immer wir auf der Yacht sind, safe irgendeine Vorbereitungsmission. Und Vincent hat hier sein super Polizeiauto. Dann sehen wir hier noch den Technical... Wie heißt der Technical? Wie heißt denn der? Ist nicht der Aqua. Ist das der Aqua? Ne, es gibt doch auch einen ohne Aqua, aber mit MG. Oder ist das... Ist der Aqua der einzige Technik mit MG? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Bin mir nicht sicher. Und dann haben wir zu guter Letzt noch das Logo vom Heiß. Und zwar ist das der GTA Online Klackenball Thumb Raid, der am 7. März erscheint. Und ich muss sagen, Alter, dieses Logo. Was geben wir für eine Note... Was für eine Note geben wir hier dem Logo? Ich muss sagen, ich finde es schon geil. Vor allem hier mit diesem Klackenball-Logo. Ah, ich finde es schon sehr, sehr nice. Benutzt du das Noob-Bike nur bei Schatz suchen? Also echt, MK2 benutze ich eigentlich nur bei Schatz suchen. Weil du damit einfach schnell von A nach B kommst. Das ist dafür halt einfach perfekt, ne? Aber sonst eigentlich wenig. Äh, sehr, sehr geiles Logo, oder? Schreib mal 1-10-Chant. Alter, Moritz, sag ich schon für deinen Zapp im 9. Jogi, im 9. Jetzt kommt's Kindchen. Jetzt kommt's Kind. Press. Oh Gott. Oh Gott. Wenn die Leute das erste Mal heute dabei sind, die denken sich auch, was ist denn das für ein... Ne, äh, es ist ein sehr, sehr geiles Logo, finde ich. Also, gefällt mir sehr gut. Äh, guck mal da, wie die Glocke noch läutet. Achtet mal drauf. War schon. Nice. Wild. Das ist der Trailer. Was geht mit dem Trailer insgesamt? Beziehungsweise, habe ich irgendetwas übersehen? Habe ich etwas übersehen, was ihr noch gesehen habt? Was wir uns nochmal kurz anschauen sollen? Aber ich glaube nicht. Vielleicht können wir mit dem Update ja noch endlich Duffelbacks uns anziehen. Oh, ne, ich glaube, da gibt's eigentlich relativ wenig zu ergänzen, oder? Oder? Und warum droppen die das ein Jahr vor GTA 6? Naja, damit wir ein Jahr lang noch was zu tun haben. Finde ich gut. Sag ich dir, wie es ist. Generell aktuell Rockstar Games hat man das Gefühl, gibt sich ein bisschen mehr Mühe. So, das ist aber nicht alles, was wir bekommen haben. Wir haben nämlich, ähm, kann mir vorstellen, dass der Terminus für GTA Plus kostenlos sein wird. Ich glaube, die haben irgendwas auf dem Newswire geschrieben und das gucken wir uns als nächstes an. Denn, passend zum Trailer, gibt's natürlich auch einen neuen Newswire-Post mit ein bisschen Text. Äh, das sollten wir uns auch nochmal kurz zusammen anschauen. Und zwar schreibt Rockstar Games hier Folgendes. Führt im Rahmen des Klackenberlüberfalls einen raffinierten Plan aus, um ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Korruption offenzulegen. Ab dem 7. März in GTA Online. Also ab Donnerstag. Ihr habt bereits einen Anruf von Vincent Effenberger erhalten, der ein frühere Sicherheitschef des Diamond Casinos war und jetzt als LSPD-Officer arbeitet. Nun habt ihr die Gelegenheit, unter unorthodoxen, aber lukrativen Umständen zusammenzuarbeiten und ein neues Kartell zu zerschlagen. Ah, ich merke da irgendwas von Breaking Bad. Dass aus der Klackenberl-Fabrik in Palito Bay heraus eine umfangreiche Operation betreibt, wildes Bild. Und das dürfte dann ja die, die Profi-Ausrüstung sozusagen sein. Helft Vincent dabei, in diesem actiongeladenen neuen Story-Update den Fall mit Bravour zu meistern, indem er es mit korrupten LSPD-Cops und einem gefährlichen neuen Kartell aufnimmt, das den Massentier-Haltungsbetrieb von Klackenberl als Fassade nutzt. Auch hier wieder ein episches Bild. Nochmal sehen wir hier nochmal den Polizeiauffeier, warum auch immer der einen Wheelie-Bar hat und dazu passen hier noch den Omagio, der da abhaut. Der Klackenberl-Überfall beinhaltet auch neue Fahrzeuge, die von Spielern gekauft und modifiziert werden können, wie das unerbittliche Strafverfolgungsfahrzeug als Interceptor. Ab dem 7. März für alle GTA-Online-Spieler auf den PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One und den PC. Wild, sehr, sehr wild. Das Outfit sieht nice aus. Ja, es gibt wie gesagt drei Stufen, drei Outfit-Stufen. Das hier ist Stufe 2 sozusagen. Die Profis Stufe 1 haben wir ja bereits im Trailer gesehen. Das ist hier das Outfit. Wo ist es? Hier, das Outfit. Das ist Stufe 1, Stufe 2 und das Stufe 3 Outfit, sprich das Militär-Outfit. Das ist jetzt leider nicht gezeigt. In meinen Augen das Coolste oder auch das Interessanteste. Das ist hier allerdings bisher noch nicht gezeigt. Aber trotzdem. Auch interessant ist, dass sie schreiben neue Fahrzeuge. Plural. Heißt mehrere. Heißt, wir bekommen den Hellfire und wahrscheinlich den neuen die neue Variante vom... Ach, wie heißt denn dieser Liefer-Truck? Wie heißt der denn? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, herrje. Aber wie die Militärausrüstung aussieht, wissen wir aber auch schon. Hab ich auch schon im Video gezeigt. Ach, wie heißt das denn? Ich bin völlig... Ich steh auf dem Schlauch. Ricky, was geht? Ist das der Benson? Ja, Benson, gell? Ja. Also diese eine, diese eine kleine LKW. Genau, das ist neu. Und dann haben wir noch dieses wunderschöne Artwork hier. Das hab ich uns aber auch nochmal runtergeladen, ohne... Also bisschen bessere Auflösung. Ich würd sagen, wir gucken uns das erstmal Stück für Stück an. Wir haben hier auf der linken Seite irgendeinen Charakter. Ist, glaub ich, eher nebensächlich. Wir haben hier dieses riesige Klackenbäll-Hühnchen, was hier oben schon ist. Wir haben hier Vincent, der irgendwelche Drogen in der Hand hat. Wir haben hier eine neue... Oder eine neue Kappe. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine Klackenbäll-Kappe. Die Waffen kennen wir alle schon. Auch diesen... Dieses... Bildungsgerät hier kennen wir schon. Das ist leider nichts Neues. Auf der rechten Seite haben wir die Klackenbäll-Fabrik aus Palito Bay. Auch das ist leider nichts Neues. Wir haben hier den neuen Polizei-Interceptor. Sehr, 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 sehr geiles Auto. Das haben ja auch die meisten in der Community bereits, weil wir haben das ja schon verteilt gehabt. Wir haben hier den neuen Terminus. Sehr geiles Auto. Wenn der rauskommt, Junge, das wird ein Highlight. Ist ein geiles Auto. Wird aber wahrscheinlich am Donnerstag noch nicht erscheinen, sondern erst in zwei Wochen. Sprich, lass mich in den Kalender schauen. Ich würde jetzt mal spekulieren, entweder am 21. oder am 4. 21. oder 4. Würde ich jetzt persönlich mal spekulieren. Ja, sehr, sehr geile Karre. Im Hintergrund sehen wir jetzt hier noch ein bisschen Geldwäsche. Wir sehen einen Walküren-Helikopter, der beschossen wird hier von jemandem mit einem RPG auf dem Zug. Und ja, das ist natürlich einiges, was wir hier schon sehen. Drohnen werden auch eine Rolle spielen, die wir hier sehen. Das ist jetzt einiges, was wir natürlich jetzt schon sehen. Aber es gibt noch deutlich mehr. Das haben wir ja bereits in den Leaks gesehen. Deswegen schaut euch am besten mal direkt mein Video an. Meine ganze Playlist haben wir ja gemacht. Warte, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben eine ganze Playlist gemacht mit allen Infos zum Heißen. Und das ist wirklich krass, was wir da schon alles wissen. Wenn ihr nämlich einfach mal auf YouTube geht, auf meinen Kanal und dann hier einfach auf Playlists, da gibt es hier eine Playlist Klackenbell heißt. Ups. Und da gibt es dann hier alle möglichen Videos dazu über die Outfits bis hin zu, dass man Zug fahren muss oder kann und so weiter. Dementsprechend könnt ihr das euch sehr, sehr gerne anschauen, falls ihr das möchtet. Und dann seid ihr auf jeden Fall top informiert, wie es eben üblich ist. Gut, noch irgendwelche Fragen? Glaubst du mit dem neuen GTA Plus Monat am 7.3.? Ich denke, jetzt am Donnerstag der Polizei Interceptor wird kostenlos sein für GTA Plus Mitglieder, würde ich jetzt mal raten. Das ganze Polizeithema vom Chop Shop Update gibt mir die letzte, die leichte Hoffnung, dass Rockstar Games mehr Polizeifahrzeuge beziehungsweise Dinge einfügt. Ja, also Polizeiautos haben wir ja jetzt einige schon, ne? Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum sie neue Polizeiautos ins Spiel bringen und nicht einfach auch die alten. Weil die gibt es ja schon. Das ist ja kaum Arbeit, die einfach auf die Webseite zu packen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber so ist es halt. Wie oder wo startet man den Heist? Du bekommst einfach einen Anruf von Vincent und der wird dann entsprechend, oder wann mach ich mal so, und der wird dir dann erklären, wie du den Heist startest. Und zwar musst du dann einfach zum Vespucci-Polizeirevier, das ist da Richtung Strand, das Polizeirevier, da einfach hingehen und dann da, also du brauchst keine Immobilie oder sowas, falls es die Frage ist. Alter, Jens, wie geht's dir, mein Lieber? Gute Besserung, ich hab gehört, du bist krank. Ei, 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 ei. Genau, wir brauchen also keine extra Location, was ein bisschen schade ist. Also, weil ich feier das immer, wenn wir irgendwie eine neue Location noch bekommen, eine neue Immobilie. Das ist aber diesmal leider nicht der Fall. Was ist bei, oder man hätte, was geil wäre, es hätten sie einfach eine alte Location reused, also dass man zum Beispiel einen Apartment nochmal benutzen muss oder sowas, das wäre halt geil. Kein Schrottplatz heißt, nein, komplett unabhängig. Bekommt man das Auto nach der ersten Vorbereitung? Ähm, nein, soviel ich weiß. Also man bekommt, es gibt auf jeden Fall wieder zwei Preise, für fünfeinhalb Millionen Dollar kostet der und noch irgendwas, fünfeinhalb Millionen und viereinhalb oder so. Und den billigeren Preis schaltet man frei, wenn man den heißt einmal als Anführer bestanden hat, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, Nico, das ist keine Garantie, ich vermute es. Aber wir werden die Tage, möchte ich etwas Neues machen und zwar werde ich morgen posten und zwar machen wir morgen, machen wir noch eine neue, ich nenne es jetzt mal Community-Aktion und da könnt ihr auf jeden Fall Preise gewinnen und unter anderem auch Geld in GTA und dann ist das auf jeden Fall kein Problem mit den fünfeinhalb Millionen für das Auto. Vor allem, wir müssen ja rechnen, fünfeinhalb Millionen für das Auto plus Tuning und von der Karre wollen wahrscheinlich die meisten auch mehrere Versionen haben. Eine F1-Variante, eine Zivil-Variante und eine als realistisches Streifenwagen-Fahrzeug-Variante. Also schon mal dreieinhalb, drei Immersionen, was allein nur Kaufpreis schon mal sechzeinhalb Millionen sind plus Tuning. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also völlig geisteskrank, was die Karre kostet. Dementsprechend, ja, aber das wird eine geile Aktion, die wir da, die ich da vorhab' morgen. Ich glaube, das wird sehr, sehr, werden viele von euch sehr feiern und dementsprechend, ja, wird es nice. Also, was geben dem Ganzen heißt, 1 bis 10 in den Chat, 1 bis 10 in den nochmal in den Chat. Lukas, das geht mal besser. Kann man den Heist alleine machen? Ich gehe stark davon aus, Magic Pixel. Die letzten Heists oder die neuen Heists in GTA Online kannst du ja eigentlich alle selber alleine machen, würde ich schon behaupten. Muss man die Mission machen, um das Auto frei zu scheinen? Ich glaube nicht. Ich glaube, du musst, nur wenn du einen beliebenden Preis hast. Aber du willst doch die Mission machen. Also, oder? Also, wenn ein neuer Heist in GTA Online, natürlich will man den machen. Einen cleanen, einen mit F1 und einen mit Bennys. Ja, und dann brauchst du natürlich noch einen, der, sag ich mal realistisch, Polizei Auto ist, ne? Siehst du, dann bist du schon bei über 20 Millionen Dollar. Also, Freunde, wenn ihr noch Geld in GTA Online braucht, checkt meinen Partner JG Gaming ab. Die besten und die sichersten Moneyboosts kriegt auch euer Geld noch vor Donnerstag. Und mit dem Rabattcode Julex gibt es sogar Rabatt. Ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. I love Planes. Siehst du mal, wärst du jetzt VIP geworden? Statt Mitglied hättest du sogar statt 10% Rabatt bei JG Gaming hättest du 30% Rabatt bekommen. Schade Schokolade. Du gibst ihm eine 8. Ja, okay. Ich werde mir auf jeden Fall am Donnerstag freinehmen und dann am Donnerstag auch den Heist logischerweise streamen. Also, wir werden am Donnerstag live sein und den Heist dann zusammen streamen. Direkt um 10.30 Uhr ausprobieren. Das wird nice. Soll ich zu dem Ganzen, was wir jetzt hier uns angeschaut haben, nochmal ein Video machen? Das kommt dann morgen. Morgen früh könnte ich das machen. Eigentlich habe ich ein GTA 6 Video für morgen geplant. Das kommt dann einfach einen Tag später. Kommt dann einfach am Sonntag. Ist jetzt nicht so schlimm. und dann morgen ein Video zum Klackenball heißt. Sagt ihr ja oder sagt ihr unnötig? Ich Mitgliedschaft nicht upgraden. Was meinst du? Du kannst Mitgliedschaften upgraden, wenn du das willst. Musst du nicht. Alles gut. Alles gut. Ich will ja nur, dass ihr euch, dass ihr glücklich seid. Warum kannst du nicht upgraden? Tobi007, Alter. Vielen Dank für dein Abo auf YouTube. Herzlich Willkommen. Es geht nicht. Klar geht es. Lass dir von dem Moderator mal helfen. Du zeugst ihn mit einem Kollegen nach der Berufsschule auch auf Twitch zusammen. Alter, Junge. Nico, alle wollen streamen. Ich sage ja, es ist sehr geil. Gut. Ich sehe gerade schon, Simon hat meinen Kommentar unter dem Rockstar Games Stream schon gefunden. Und Anton kommentiert. Ehre. Mod Hilfe. LovePlates, Junge. Das ist geil. Naja. Naja. Und wenn wir den Heist abgeschlossen haben, dann wird es dieses Geräusch hier wohl nicht mehr geben. Weil dann sind alle Hühnchen, sind dann eher Chicken Wings. Oh. Oh. Ist das Update schon da? Nee, es wurde nur von Rockstar Games heute bestätigt. Kommt am Donnerstag. Wem soll ich helfen? Auf YouTube. Badass Kiel. Was geht mal besser? So. Haben wir noch irgendwelche Sachen zu besprechen? Irgendwelche Fragen, Anmerkungen, irgendetwas, was wir zu dem Klackenball heißt noch reden sollen, besprechen sollen. Ansonsten würde ich sagen... So. Ich bin gespannt,